Moin Pamarillos, mein Name ist Sonny, ihr seid hier auf Rapsplay und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde mit Iggy und Scorch. Prepare yourself. So. Heiltrank, Mana-Trank. Ähm, ja, ich hab mein Deck jetzt zur letzten Runde nicht nochmal bearbeitet. Wir fehlen einfach noch ein paar coole Karten, muss ich sagen. Gut, ich könnte fürs Endgame noch ein bisschen was draufpacken, so an Karten. Und generell das nochmal ein bisschen überarbeiten. Muss ich mal schauen, was die Zeit zeigt. Cool, der hat so ein leuchtendes rotes Licht auf dem Rücken. Hab ich ja noch nie gesehen, oder? Hab ich das schon mal gesehen? Sieht aber nice aus. Ja, ne, auf jeden Fall, ähm, muss ich das Deck hier nochmal ein bisschen bearbeiten, weil fürs Late-Game fehlen mir noch ein paar Karten. Äh, mir fehlen halt generell noch ein paar gute Karten hier für den Helden hier. So. Erstmal gucken hier, ne? Erstmal gucken. Ja, eine Anfrage hab ich mal für Steel bekommen. Und für Kalari vielleicht. Vielleicht widme ich mich einen von beiden noch. Weiß nur noch nicht wann. Ähm, weil im Moment bin ich hier halt an Iggy und Scorch dran. Ähm, mein Murdoch... Oh. Mein Murdoch hab ich ja eigentlich schon gut, äh, ausgebaut, sag ich jetzt mal. Das geht natürlich noch besser. Macht aber nix. Bin ich gut mit zurechtgekommen. Doch. Was geht hier ab? Mein Kill. Nicht mein Kill. Okay. So, wo wollt ihr hin? Die laufen hier zum nächsten. Bombe drauf. Mein Kill. Da läuft jemand. Äh, da ist... Brennt Kalari rum. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ja, den treff ich nicht. Rechte Strecke verteidigen, ja. Da ist keiner. So, ich glaub, ich geh erstmal hier hin. Murdoch gegen Murdoch. Murder Murdoch nenn ich ihn immer gern. Weil der ist einfach zu krass. Also Murdoch, der wird mich wahrscheinlich auch hier im Late Game mit ein, zwei Schüssen umnuken. Aber so sind die Murdochs halt hier in dem Game. Den nuken einen schnell mal des Todes um. Oh, scheiße. Bein Kill. Oh, oh, oh. Da hinten geht was ab. Au. Au. Ei, 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 ei. Murdoch ist in der Mitte am Helfen. Ist eigentlich ne gute Sache. Kann ich hier... Aua. Kann ich hier ein bisschen pushen oder so? Weiß es ja noch nicht. Ich glaub, ich stell hier mal nen Turm hin. Safe is safe. Damit ich hier nicht gegankt werde. So, einfach mal die Last Sits holen. Bei sieben geh ich zurück in die Base. Ihr kennt das Spielchen. So, was geht hier? Ja, was ist? Habt ihr schon gesehen, mein Freund? Au. Au. Wählende Gegner, ja. Ihr könnt mich mal am Arsch. Und jetzt? Fucking Kalari da hinten. Oh, Steel ist da. Mein Turm ist down. So, hier wird gefackelt. Der schießt natürlich auf meinen Turm. So, wo ist denn Kalari? Kalari ist da unten. Ja, nicht getroffen, Steel. Schade. Okay. Oh, Zabarok. Alter. Oh, shit. Da kam noch einer. Oh, jetzt kam noch einer. Ach du Scheiße. Wie viele sind denn jetzt hier hingekommen? Scheiße. Okay. Das ist übel. Das ist übel. Das ist übel. Ja, dann gehe ich trotzdem wieder links verteidigen, würde ich sagen. Warum geht denn keiner rechts? Ach du Scheiße, rechts ist der Turm schon kaputt. Und es steht 0 zu 3. Und einer davon war ich. Barrow hat den Turm ganz allein gepusht. Sehr schön. Steel, du gefällst mir. So, in der Mitte und rechts geht es natürlich noch was ab. So, Severo kommt hier hin. Wird aber abgefackelt hier. Ich kann jetzt... Oh, 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 oh. Buckle ihn ab. Der kriegt ihn auch noch, ey. Stirb! Ich krieg den nicht down, den Sack, ey. Alter, warum ist der so schnell? Scheiße, ey. Ich krieg den nicht kaputt. Boah, ist der Tanky schon. Murder, Murdoch. Aufpassen. Der läuft da hinten rum. Okay, wir gehen mal hier wieder runter. Da liegen noch ein paar Caps. Gut. Noch einen Mana-Drank reinhauen. Wow, den Lebensdrank kann ich mir noch sparen. Da unten höre ich Murdoch. Ne, wie heißt der nochmal? Da oben ist er. Alter! Fuck! Verdammte Axt, ey. Das war ein Fehler, da hinzugehen. Ich wusste nicht, dass, äh... Powitzer noch da rumläuft. Verdammt, verdammt, verdammt. So, was geht hier bei dem? Dinke Strecke. Der braucht Hilfe. Rux ist auf dem Weg. Oh, Murdoch. Eieieiei, jetzt gehen die zu zweit auf den drauf. Er hat schon Leben verloren. Rux schafft's nicht mehr rechtzeitig. Ah, der ist auf dem Weg. Oh, jetzt kriegt er Schaden. Die sind zu dritt, aber ich bin auch gleich da. Ziel ist auch gleich da. Ulti. Alter. Alter. hab ich erwischt. Alter, ich bin tot. Der hat mich geblockt. Verdammt, ey. Haut der mich einfach in den Turm rein. Nicht getroffen, Murdock. Aber netter Versuch. Es bleibt spannend hier. 3 zu 7. Naja, wenn ich nicht gestorben wäre die ganze Zeit, sähe es ein bisschen anders aus. Also, ich muss sagen, E.G. und Scorch sind zwar sehr cool und machen auch Spaß zu spielen, aber so richtig reinhauen tun sie mit den Karten, die ich halt hab, noch nicht so. Warum auch immer. Ich bin halt ein leichtes Ziel, ne? Alter, Crux direkt mal tot. Eigentlich geht's jetzt auf den Turm. Rechts wird ein Tower gepusht, das ist ja auch schon mal eine gute Sache. Da kommt aber Hawitzer oder wer hin. Oh, der Turm ist schnell weg. So, ein paar Türme. Brennt. Die machen direkt meine Türme kaputt, ey. Au. Was geht denn da ab? Heiße. Ach, der hängt da. Brenne. Jawoll. Komm hier drauf. Nice, Grax. Komm, hause kaputt. Ich schluck so lange einen Mana-Tank. So, und jetzt nach oben. Dahin ganken gehen. Hau ab. Alter. Oh. Nein, da hat mich irgendwas erwischt. Alter, irgendeine Rakete oder so. Hawitzer? Keine Ahnung. Das war übel. Äh, ich glaube, ich nehme erst mal das hier mit. Mit Lebensraub, Energiedurchdringung. Oder das hier. Da könnte ich halt Wächter platzieren, ne? Egal, komm, wir nehmen erst das mal mit. Verdammte Scheiße. Drei. Zwo. Eins. Und da bin ich wieder. Auf geht's. Komm. Nicht demotivieren lassen. Ich gehe jetzt mal die Mitte pushen. Ich schätze mal als Lane-Pusher. Ich muss ein bisschen mehr als Lane-Pusher, äh, fungieren. Und mir, ich, so von dieser Gewohnheit, ja, ich muss von dieser Gewohnheit ablassen, einfach wie Murdoch. Immer probieren, die Helden zu killen, weil ich bin halt kein Carry, sondern ich müsste mich eigentlich mal um die Lanes kümmern. Von Lane zu Lane tingeln. Wo halt keiner ist. Auf. So. Auf. Hab sie erwischt? Störb, du Sau. Wo ist die Sau? Wuhu. Brenne. Okay, die geht weg. Eins, zwei. Alter. Ui, 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 ui. Fuck. Fuck. Oh, Mann, ey. Das hat nicht so lang gehalten. Ah, das ist so scheiße, ey. Die kamen zu spät hier, die Kerle. Das, äh, die Ulti, die stößt einen ja weg am Ende von dem Feuer. So. Und wenn das halt so lang dauert... Ach du Scheiße, der ist tot. Der trifft auch nix. Grags tot wahrscheinlich. Jo. Also deren, äh, Sepharok ist richtig gut. Wie viel hat denn der schon? 6-1, ey. Die anderen sind nicht so gut alle. Der hat 1-0, aber der Sepharok von denen ist halt ein richtig starker Kerl. Jo, Turm kaputt. Komm drauf hier. Ich krieg den Kerl auch nicht kaputt, ey. Gibt's doch gar nicht. Okay. Äh. Mann, 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 Mann. Muss ich mich halt einfach mal hier um die Türme kümmern. So, Mana reinhauen. Kommt näher. Ja. Alter. Au. Lauf, 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 lauf. Ich weiß egal, wohin, aber lauf. So, jetzt geh ich hier mitpushen. Ich lauf jetzt immer hin und her und pushe irgendwo. Da kommt einer. Knall drauf. Ja. Von hinten. Bin erwischt. Ja, 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 ja. Valari ist hier irgendwo. Au. Fiest. Das gibt's doch gar nicht. Knallt die doch mal ab, ey. Wie kann die denn so schnell hinter mir herkommen? Oh, Leute, 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 Leute. Richtig mies, ey. Links, links, links. Hört er nicht. Er hört's nicht. Das ist nicht unser Sammler. Da willst du jetzt zwei Wochen davorstehen? Der ist doch leer. Die ist einfach ab und zu ein bisschen drauf. Und gut ist. Anstatt, dass dir dem Stil mal ein bisschen helfen geht oder so. Geißer, ey. Müssen jetzt die Wellen einfach ein bisschen nach vorne pushen hier. Brennt! Sehr schön. Was können wir da hinten tun? So, drauf hier. So, rein mit euch. Jetzt hier drauf schießen. Okay. Bin auf dem Weg. Da schlägt irgendein Severok oder so hinter mir rum. Kriegen wir den? So sieht's aus. So, wer ist da? Komm, ich komme, ich komme. Jawoll! So, mit der Ulti darf man auf jeden Fall nicht sparsam sein hier, Leute. Die muss man echt zünden. Anders kriegt man hier keine Kills zusammen. So, facke die Scheiße jetzt mal ab hier. So, facke die Scheiße jetzt mal ab hier. Drauf hier. Fuck, 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 fuck. Wieso ist denn hier keiner mehr? Leute, 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 wieso ist hier keiner mehr? Ich finde auch hier keinen. Gute Arbeit. Oh, shit. Kommt in die Mitte. Linke Strecke. Neun Kartenpunkte. Wir gehen rechts pushen. Okay, das Öl. Ja, da kommt doch jetzt sowieso keiner hin, so schnell. Komm, Grax, drauf hier. Sieben. Sechs. Komm, drauf, 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 drauf. Da kommt die nächste Welle. Fuck. Warum schießt ihr mich ab? Bisschen Kälter ab. Linke Strecke verteidigen. Ja, Mörder kommt. Ich krieg's Mana. Ich krieg's Mana. Ah. Scheiße. Gut, ich kaufe jetzt erst mal... ...das hier. Mit den drei. Und da müsste ich noch ein bisschen mehr Schaden machen jetzt auf jeden Fall. Wir haben einen Inhibitor von denen down. Jetzt würde ich sagen, greifen wir die rechte Strecke an. Weil die halt am schwächsten ist momentan. Vielleicht kriegen wir da noch einen Inhibitor kaputt. So, Murdoch läuft nach links. Findet ihn nicht. Macht den Sammler leer, oder? Also, ich weiß, dass das der von den Gegnern ist, aber wenn man draufschießt, kann man den leer machen. Okay, ich bin wieder da, Leute. So, puh. Wo greifen wir an? Rechts. Ist scheiße, glaube ich. Rechts pusht der Dings durch. Der Severock. So, die sollten jetzt mal links pushen. Und ich geh rechts verteidigen. So, das nehmen wir uns mit. Au. Murdoch tot. So, dann komm mal hier hin, mein Freund. Sehr schön. Da ist der Typ. Alter. Ha, ha, ha. So sieht's aus. Alter Schwede. So, jetzt pushen wir hier durch. Mana-Trank gezündet. So, auf drei stellen wir hier mal so ein Ding da oben in den Baum. Damit ich sehe, falls hier jemand kommt. Und direkt weiter nach vorne, weiter nach vorne, weiter nach vorne. So, Mana-Trank. Oh, das war ein Heiltrank. So, auf drei. Da unten ist Kalari. Da kommt der Mongo. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, jetzt sollen wir uns um den kümmern. Der rennt doch jetzt hier drüben durch. Komm, drauf da. Jawoll. Sehr fett. So, jetzt kümmern wir uns um den Typ da oben. Komm mit drauf hier. Fuck, 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 fuck. Au, 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 au. Haha. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So. Level rock. Level rock. Ach du Scheiße. Alter. Nein. Ich konnte nicht mehr weghauen. Verdammt. Okay, nehmen wir den mit. Und machen noch ein bisschen Leben rein. Und noch ein bisschen Energy Damage. Die sollten mal die linke Strecke angreifen. Komm, wir gehen mal zum Murdoch. Was macht der denn da? Push doch mal. Mach mal, hol mal die zwei Türme noch da weg. Ich meine, der mittlere Enhebeter von denen wird sowieso wiederkommen. Ja, push doch weiter. Will er nicht weiter pushen. Okay, bin unterwegs. So, die Mitte braucht man nicht pushen. Die pusht sich von alleine. Was ist mit rechts? Oder links? Oder rechts? Oder links? Verdammte Axt. Da ist er wieder. Vorne wird angegriffen. Könnt jetzt zwar die roten Creeps holen, mach ich aber grad nicht. Weil die brauchen bestimmt meine Hilfe grad. So, hier so ein Ding hingestellt. Verdammte Axt. So, fackeln, fackeln, fackeln. So, fackeln, fackeln, fackeln. Fackeln, 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 fackeln. Oh, Kalari ist da. Scheiße. Okay, wir sollten uns verpissen. Oh, Mann. Fuck. Und tot. Scheiße. Da kam ich nicht mehr weg. Verdammte Scheiße, ey. Jetzt wird es aber noch heftig hier. 16 zu 23. Ich habe 595. Ah. Eher schlecht als recht. Aber was soll man machen, ne? Was will man tun? So, wo läuft denn der Grux hin? Grux läuft zurück mit vollem Leben. Wir sollten links verteidigen. Ah, Leute. Es wird ein spannendes Spiel. So, der linke Harvester ist jetzt kaputt. Boom. Alter, der war schnell tot. Ach, du Scheiße. Guck mal, wie Steal Down geht. Guck mal. Tot. Kacke, verdammt. Murdoch ist da. Murdoch auch tot. Jetzt rennt Grux noch rein. Der wird auch sterben. Oh, Mann. Komm, ich komme, ich komme. Nice, nice, nice. Nice, der Grux. Wo ist der andere hin? Ist weg. Dann gehen wir mal... Oh, oh. Da hinten geht's ab. Bin unterwegs. Ich laufe nur kurz hier durch. Geil, vier EP bekommen. Komm, greifen von hinten an. Ihr Kinderlein brennet. Du brennet doch all. So, Murdoch macht wahrscheinlich jetzt den Sammler leer. Alles klar. Okay. Den Buff gönne ich mir auch noch. So, roter Buff, blauer Buff. Mana Trunk. Hier ein Ward hingestellt. Eieieiei. Eieieiei. So, Sparrow greift in der Mitte an. Da hinten ist Murdoch und der andere Depp. Habe mich nicht erwischt. Alter. Halt sie ab. Hau ab. Halt. Da rennt Kalari rum. Die anderen sind da hingegangen. Fack, 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 fack. Scheiße, was macht ihr denn da? Au. Oh, ich verpiss mich ja. Uh. Hau. Yes. So sieht's aus, Kalari. Alter. Das gibt's noch gar nicht. So, da rennt der Depp rum. Der dürfte mich ja jetzt hier nicht sehen. Oh, 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 oh. Yo. Ich bin weggekommen. So, entfernen. Dann können wir noch das hier kaufen. Machen wir das noch voll. Was ist denn mit dem da oben? Wir müssen jetzt erstmal die Mitte ein bisschen pushen. Sonst bringt das ja ja alles nichts. Ähm. Deal ist da. Deal Book. So, mal kurz die Hand kratzen. Ah, es juckt. Oh, Mann. Kriegt der denn auf die Schnauze? So. Hier, wo ich stehe, kommt keiner durch. Damit das klar ist. Ei, 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 ei. Aua. Das gibt's nicht. Ah. Nein, die hat mich doch gekillt, ey. Das. Was geht denn da mit Sparrow ab? Aha. Ulti. Oh, unser Kern. Ich brauch noch eine Minute, bis ich wieder da bin. Und der andere braucht noch 59 Sekunden. Okay, Murdoch, geh zurück. Ja, von uns carried halt keiner richtig, ne? 7, 10. Ich hab noch am meisten Kills mit Grugs zusammen. Der ist aber nur halb zu viel gestorben. Dafür hab ich doppelt so viel Assists. 1 zu 7. Aber der ist schon... Da fehlt schon wieder einer. Da können wir ja direkt hier Kapitulation. Ist ja wieder 4 gegen 5. Ich hasse das, wenn einer rausgeht, ey. Oh, Mann. Komm, gebt einfach auf, Leute. Die Runde haben wir wieder verloren. Gelehnt? Warum das denn? Sonst fehlt doch einer. Alter. So, der... Jetzt sind 3 Inhibitoren kaputt. Wie lange sollen wir die Scheiße denn jetzt hier verteidigen, sag mal? Noch kommen hier keine Super-Untertanen an. Komm, er ist mit den Wellen da hinten. Oh, Mann. Wieder einer tot. Ja, ich muss jetzt den Kern verteidigen. Was soll ich sonst machen? Ich kann hier mal so ein Ding in den Stellen. Ja, Roe ist auch so übel drauf, grad, ey. Ja. Was anderes kann ich momentan nicht machen. Komm, fackel ihn ab hier. Ja, ich hab das hier im Griff, aber... Wir kriegen die Schnauze voll hier. Da kommen die Nächsten. Eieiei, 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 eiei, eiei. Kalari rennt hier rum. Deal ist tot. Jetzt sind sie alle hier, ey. Ah, geh weg. Alter. Einen Nibelser kommt wieder. Cool, Einer ist wieder da. Scheiße. Alter, das gibt's doch gar nicht. Haut ab, ihr Mistviecher. Oh, Mann. Also, so langsam bin ich am Ende von meinem Latein hier. Ist schon wieder kaputt. Alter, was so eine krasse Scheiße hier. Haben wir nicht irgendwann einfach mal gewonnen, wenn wir das Ding hier ewig lang verteidigen? Gibt's sowas nicht? Ja. 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 Oh, holy A. Die Diner tot. Oh, oh. Ich brauch Mana, Leute. Ich hab keinen Mana mehr. Ich muss mal kurz da hoch. Eieieiei, eieiei, eieiei, eiei, 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 eiei. Boah, wie viel gibt's denn von denen? So, einer ist wieder da. Sie schnappen sich den Orb. Komm her, du Wichser. Ah, jetzt sind wieder nur normale Viecher. Daneben. Nein. Alter, ein Schuss. 1566 Schaden mit zwei Treffern. Ich kann ja auch nichts mehr kaufen, ey. Ich habe nichts mehr. Weiße, ey. Oh. Das war's. Jetzt machen die so viel Schaden einfach auf den Kern. Zwei und Null. Heftige Runde, Pamarillos. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht fahre ich dann mal mit Stil an und warte erst mal, bis ich mal ein paar neue Karten habe und sowas. Mal gucken. Stil hat mir eigentlich nicht so gefallen, muss ich sagen. Weiß es gar nicht mehr. So, Party abgeschlossen. Ja, bis dahin. Denkt an den Daumen und stay pam. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete. Schick den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Explode.